3, 2, 1, hallo YouTube, was geht? Ist wieder soweit. Ich probiere zum ersten Mal, nicht zum zweiten Mal, zum ersten Mal die Erwachsenen-Challenge von 3 Games, 3 Wins mit Hanky. Wenn euch die Games gefallen, wenn euch dieses Gesicht gefällt, freue ich mich über ein Abonnement, einen Daumen nach oben und jetzt viel, viel Spaß mit den Highlights mit Hanken Bergenstein. Seine Links in der Videobeschreibung. Der ist jetzt Vollzeit-Streamer. Freut mich, wenn ihr da Liebe dalässt. In diesem Sinne, viel, viel Spaß mit dem Video. Zwei Leute bei mir drin, beide down. Alter, wenn schon so losgeht, wirklich. Wenn schon so losgeht, ich werde echt zum Stier. Da ist hier wirklich noch. Hier ist einiges. Oh, ich bin gebrochen. Oh, da ist ein neues Team sogar. Ja. Das war's. Lass ihn. Derbe korrekt, was? Was? Nein! Nein, doch, Alter, nein! Beide! Ihr habt das zu zweit einfach! Zu zweit! Ach, scheiße. Wir sind sogar schon bei mir. Moin! Sie schießen auf mich! Er ist auf die Welt! Unter mir ist noch einer. Shut the fuck up, man! Noch mal da. Bei dir, Hits! Kontakt! Nehme neue Position ein. Es ist wirklich, es ist, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich zum Euen. Nur mehr überleben, wird der Neuen eingefüllt. Einer kommt von oben. Ja. Schillt, Crack. Oben drauf, fliegt runter. Ab ihn. Was? Nein! Für dich geht's für uns zur Basis. Nein! Er war auf! Ich war eine Kugel! Oh, oh! Ich bin so gebrochen. Ich bin so gebrochen. Weil ich einfach... Einer P, Miki! Einer P bei mir! Nein! Oh, also... Nice. Also das ist auch... Ignoriert das. Zeig deine Freiheit zu verdienen, Soldat! Also es ist wirklich das allerletzte Game! Nein! Ich hab dich! Ich hab dich! Du hast mich nicht! Ich hab dich! Was? Was? Ich bin raus und drin! Was ist hier los? Was? Hä? Hä? Du lebst! Was? Du lebst! Das war so'n fetter... Ich geh die Runde an den Feind, aber wir kommen wieder um es zu Ende zu bringen... ... 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 APEX-S Joten? Ja? Hab ihn noch? One-Shot Digga, was? Beste Spieler der Welt Du spielst gegen Klass 1 der Welt gerade Besser Knock, down Ich hab einen guten Enkel, Daffi Ja, sehr gut, sehr gut Einer, einer, einer knock Oder sehr gut Vielleicht da Einer hab ich Ich hab ihn Ich hab ihn mehr Ich hab ihn mehr Bei mir ist was Komm Hab einen Jetzt machen wir mal einen ruhigen Enkel Holst dir einen guten Spot Noch einen Airdrop für dich Zwei Gegner vorne Hä? Ich war doch richtig langsam Ich war doch schon richtig langsam Hier, Gegner Ich flanke ihn gerade Ich flanke ihn gerade Ah! Ah! Peril Ich hab ein Handy bekommen No! Ich dachte, das ist die Pulle-Job Hat etwas Hat einen Millimeter Höhe gestoppt Der ist One-Shot Achtung, Granate Ja, guck mal Ey, 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 da raus Nein, nein, nein Nein Oh, ne, gute Idee Ich tu, dass du weiterfährst No! Raus, Hank! Lauf! Die sind bei dir Bleib unten, bleib unten, bleib unten Oh mein Gott, Hank, er ist so low Oh, bitte, nein Ich hatte dich auf ein Ich hatte dich auf Auto gestellt Oh, ne, dir Hab einen Hier ist doch aus Hol ihn, bitte Oh mein Gott Er hat ihn, er hat ihn Instant down Agents, Junge, ich lossteig Äh, ich, äh Hä? Letzter Let's go Jaaaa Runde war gut PUBG 1 Win geholt Schnell im Warzone On my way Einer Knock Hinter dir Hier Einer Crack Einer Knock Warte, zwei Knock Nice Draußen Ah, noch ein Team, noch ein Team, noch ein Team Runter Zwei Teams Nice Hier Nachbardach, Nachbardach Knock Einer Knock Nice Nice Den meine ich Vielleicht Äh, bei mir Ich hab Self Du musst durchziehen aber, ne Ach, fuck Hinter uns Ich hab ein Ich hab ein An der Mauer An der Mauer Hier, da Life King, Life King Die muss rüberklettern Der hat Hits Noch Noch einer, noch einer Hier ist einer Das ist es Let's go Schönes Ding Ich hab ein Schnelles Ding Ich hab ein Schnelles Ding Schnelles Ich hab ein Schnelles Ding Bis zum nächsten Mal.